Das Ausland würde mich auf jeden Fall noch mal reizen. Also ganz allgemein. Und Frankreich gibt keinen Grund, noch einen anderen Verein in Frankreich zu trainieren. Spanien ist eine ausgewöhnliche Liga, weil sie in meiner Sichtweise und mit den Spielern, mit denen ich das Glück hatte zu arbeiten, mit den Spaniern, ist es von wahnsinnig viel Selbstvertrauen geprägt. Also wenn du mit Spaniern sprichst, habe ich das Gefühl, dass du ganz schnell mit den Menschen sprichst.